Tja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich noch vor Ihnen fertig bin, der Stromberg, ne? Ist doch egal. Ist doch wirklich scheißegal. Glaubst du denn, in 20 Jahren, da sagt irgendeiner, boah, der Stromberg, der hat immer die schönsten Abrechnungen gemacht. Mein Schwiedervater, der ist, weiß ich nicht, 20 Jahre älter als ich, der ist neulich einfach umgefallen, als er sich eine Hose anziehen wollte. In ein paar Jahren komme ich vielleicht auch nicht mehr alleine in ne Hose rein. Und jetzt sitze ich hier an diesem Scheiß-Computer mit diesem Kostenstellen-Scheiß und dann fahre ich nach Hause und da keift meine Frau um. Bei Rechnungsgrundlagen braucht er kein Mensch.